So, ich habe jetzt gerade diesen Spanngurt hier dran gemacht, also diesen ersten. Und ich bin total enttäuscht davon, weil ich habe mich total verschätzt. Ich dachte, ich könnte das hier so wunderschön hier so rumwickeln und mich da drauflegen. Aber das hat nur für einen so ein Teil hier gereicht. Das ist voll scheiße, jetzt habe ich hier so ein Loch. Aber gut, dass ich diesen urinfarbigen Paracord dabei habe. Den werde ich jetzt gleich hier rumspannen. So, guck mal, ich habe hier dieses Spaghetti hier aufgebaut mit dem urinfarbigen Seil. Und ich werde mich jetzt hier drauflegen. Ich brauche mehr Seil. Ich brauche viel mehr Seil, damit ich mich komplett drauflegen kann. Aber so ist schon ein guter Anfang auf jeden Fall. So, ich versuche mal jetzt schräg drauf zu liegen. Mal sehen, wie das ist. Das ist entspannt, wie so eine Art Henkematte. So ungefähr könnte ich mich hier so liegen bleiben. So irgendwie rumliegen. Genau, ich glaube, das war eine gute Idee gewesen.